Aber die ganze Familie war verflucht, sagt man, wegen ihrer unermesslichen Habzucht. Wer weiß schon, was mit jenen passiert, die von unstillbarer Gier besessen sind. Wir wissen es, was mit denen passiert. Deswegen sammeln wir die Skulpturlas hier. Schießbude, nur tagsüber offen. Alles klar. So, Freunde, ab in den Kukiri-Forst zu unseren alten Freunden, den Kukiri-Kindern. Was wohl aus denen geworden ist? Wir werden es sehen. Ich erzähle mal kurz was über den Kukiri-Forst. Der Kukiri-Forst ist geschützt durch den Dekubaum. Dadurch können dort keine Erwachsenen reingehen. Eigentlich. Und deswegen leben dort eigentlich auch nur Kinder. Und wir, also Link, ist ein Hylianer. Er ist hier geboren, in Hyrule. Und wurde aber, ich glaube, als hier ein Krieg ausgebrochen ist, von seiner Mutter in den Wald gebracht. In Sicherheit. Und Links Mutter selbst hat sich geopfert, weil sie ja erwachsen ist, konnte sie eigentlich nicht da reingehen. Und hat den Dekubaum um Gnade gebeten, dass er Link aufnimmt. Und das hat der Dekubaum gemacht. Und die Mutter von Link wurde zu einer Pflanze. Die auch irgendwo zu sehen ist, glaube ich. Und deswegen sind wir immun in diesem Wald. Also wir sind, also wir sind jetzt gerade kein Erwachsene. Aber wenn wir Erwachsene wären, wären wir wahrscheinlich immer noch geschützt. von dem Zauber der Natur. Ich nehm's zumindest an. Also wir sind 16. Könnte auch sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube... Oh! Was bist du denn für ein riesiges Mistvieh? Da muss ja ein Sack Dünger ausgelaufen sein. Komm her, du! Das ist halt wahnsinnig ein Monster. Oder, oder... Wieso? Warum? Hä? Unser Haus ist korrumpiert. Stopp! So, wir gucken mal kurz, ob wir durch die Löcher krabbeln können. Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube... Ne, dann bringt das bei der Farm auch gar nichts. Dann bringt das nischt. Nanu? Eine rote Fee sieht auch cool aus. Seit der Degobarm uns nicht mehr beschützt, treiben sich unheimliche Kreaturen in den Wäldern herum. Ich hab Angst. Wo Salia ist? Sie kennen Salia? Das ist merkwürdig. Midos hat einiger Zeit verschwunden, wo er wohl steckt. Ein kalter, demonischer Wind weht aus der Richtung des Waldtempels. Salia ist fort. Sie sagte, sie wolle etwas dagegen unternehmen. Der Waldtempel befindet sich bei der Heiligen Lichtung tief in den verlorenen Wäldern. Oder kann es sein, dass wir doch nicht geschützt sind? Und einfach nur Glück haben, dass wir noch nicht 18 sind. Hier war Midos Haus, glaube ich. Sie haben mit Sicherheit keine Probleme, den Tempel zu betreten, mein Herr. Wurden Sie von den Kreaturen belästigt? Als der Degobarm uns noch beschützte, haben sich keine Dämonen hier herumgetrieben. Weil es draußen so gefährlich ist, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Nun langweile ich mich zu Tode. Langeweile... Nun langweile ich mich zu Tode. Warum folgt Ihnen eine Fee? Sind Sie kein Kukiri? Sind Sie... Sind Sie... Sie sind kein Kukiri. Meine Güte, lies doch richtig, Junge. Sind Sie kein Kukiri? Entschuldigung für den Selbstroast. Halt. Bombe. Eigentlich... Naja, eigentlich unnötig. Alter, und Octorox auch noch. Was ist denn hier los? Na, Kleiner? Sie scheinen viel in der Welt herumgekommen zu sein. Haben Sie immer als ein Junge namens Link getroffen? Mido behauptete damals, dass dieser Junge Schuld am Tod des Dekobaums hatte. Nur Saya hat Link immer verteidigt. Vielleicht hatte Mido Unrecht. Hm. Ja. Also, nachvollziehbar. Da wir ja rauskamen und der Baum tot war. Beim Retten konnten wir ihn halt auch nicht mehr ganz. Oh, was war denn da? Au. Um. Wir waren ja nicht imstande, ihn zu retten. Das waren ja seine letzten... Atemzüge so in dem Sinne. So. Skulduli. Haben wir jetzt 25? 24. Gut. Wie hört er dir, der Topf? Kaputt. Hehe. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor, mein Herr. Sanja ging zum Waldtempel und kam bisher nicht zurück. Ich geh mal hin. Ich geh noch in den Shop rein und dann... gehen wir direkt hin. Alles wirkt so klein, oder? Oder oben sind Rubine. Ganz viele Rubine. Nope. Nichts Verstecktes. Wenn Sie einen Bogen besitzen, können Sie im Laden Pfeile kaufen. Haben Sie einen Bogen? Nein. Sie können mit Sicherheit kein Dekoschild mehr verwenden. Dafür sind Sie zu alt. Und zu hässlich. Willkommen. Dekoschild. Gekauft. Äh, einfach nur der Vollständigkeit halber. Der Dekoschild. Berühre den Schild im Ausrüstungsmenü, um ihn auszurüsten. Oder wähle ihn durch Strücken von Dingsbums aus. Äh, noch was kaufen? Nö. Oh, dieses belohnte Gefühl, dass das Regal jetzt wieder voll ist. Oh, schön. Schön. Ich bin so ein Monk. Tut mir leid. Ähm... Und raus hier. Ich glaube noch... Ich glaube noch zu wissen, wie man da hochkommt. Aber wir kommen da nicht hoch. Noch nicht. Unser... Also... Ich kann es verraten. Wir brauchen eine Wundererbse. Wir hätten hier eine Wundererbse pflanzen müssen. Die uns da hochdreckt. Oder? Kommen wir hier über eine Ecke rein? Boom. Tot. Kein Loot. Hm. Hopp. Äh... Komm her, kleines Rubin. Okay, wir gehen zum Dekobaum. Äh... Zum nicht vorhandenen Dekobaum. Und schauen mal, was da jetzt los ist. Was hier wieder los ist. Dreh dich. Ich sehe über den Rand der Welt. Aber wie groß die Blumen sind, oder? Au! Mistvieh. Wir verwenden Dekonüsse. Das ist ein Wunder, oder? Wir hatten bei dem anderen Zelda-Teil ständig welche. Aber haben die nur selten benutzt. Und kriegen welche wieder. Äh... Der Baum ist zu. Zugeschlossen. Oh. Kriegt auch was. Coole Sache. Hier ist nichts. Der Stein ist hier. Und... Ich glaube, die Maske der Wahrheit funktioniert auch nur beim jungen Link. Ich denke, der alte Link kann die nicht verwenden. Das ist alles sehr schade. Armer Baum. Mein Freund, der Baum. Sonst ist hier auch nichts. Keine Skull-Tula. Nichts. Dann gehen wir wieder. So. Ich würde sagen, auf zur Waldlichtung. Ansthaft. Wie sie neu spawnen. Achso, in unser Haus können wir noch gehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob da was Neues ist. Ich glaube es nicht. Aber hey. Ah, unsere Bude. Da sind wir wieder. Endlich wieder zu Hause. Bei unserem Schminkspiegel. Und keiner meiner sogenannten Freunde hat dir mal die Blumen gegossen, während ich weg war. Die sieben Jahre lang. Erstmal falsch durchfeudeln. Bettwäsche wechseln. Was haben wir hier? Rekorder. Bestleistungen von Link. Skull-Tula-Symbole 24. Größter Fang. Null Zentimeter. Äh. Pferderin. Null. Bestzeit beim Marathon. Bogen schießen. Okay. Dies ist dein Bett. Hier kannst du dich ausholen und neue Energie gewinnen. Ich würde sagen, ja, oder? So. Ausgeruht. Frisch, fromm, fröhlich, frei geht's wieder los. Au. Och. Kopfschmerzen. Ein Tutorial-Stein, den wir nicht brauchen. Können wir da reinkriechen überhaupt noch? Man kann reinkriechen. Okay. Wer will das? Niemand. Ab in die Verlorenenwälder. Dort gibt's auch noch ein Geheimnis, was ich als Kind-Link noch hätte holen können. Aber das machen wir später noch. Ich werde es nicht vergessen. Ich habe es auf meinem Notizzettel. Rechtsrum. Äh. Links. Links. Halt's. Mal gucken. Ne. Gut. Wo ist es hier? Links. Nicht links. Okay. Ich dachte, man musste da rum. Oh nein, Mido. Oh Gott. Ne. Ich gehe woanders lang. Hier geht's zu den Zoras. Da kommen wir auch noch hin. Übrigens, wie gefällt euch der Rahmen? Der grüne, links und rechts. Schön, oder? Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen. Auch wenn sie Kleidung tragen, wie die der Kokiri ähnliche ist. Ich habe Saja versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Wenn sie sie wirklich unbedingt sehen wollen, dann zeigt mir, dass sie wirklich ein Freund von ihr sind. Zeigt mir etwas, das sie mit ihr verbindet. Ja, als ob sie einen Erwachsenen wie sie zum Freund hätte. Ja, die Ocarina ist ja weg, ne? Die haben wir ja weggeschmissen. Diese Melodie? Saja hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied? Saja hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnerst du mich an jemanden, den ich nicht mag. Mido. Komisch. Irgendwie egal. Da da da. Links geht es nicht lang. Pum, 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 pum. Stein. Weiche. Sehr schön. Oh je, wo ging es lang geradeaus? Ne, hier lang. Und wieder eine Höhle. Mit Dekohändlern. Oh, wirst du cool. Ja schon, ich gewähre mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekonüsse tragen kannst. Das kostet dich nur 40 Rubine. Ja, okay. Ab dann. Die sind sehr nützlich. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Du kriegst noch Geld zurück? Halt ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile. 30 Stück kosten 70 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Hihi. Ciao. Sehr gut. Gutes Geschäft. Und wir haben noch Wechselgeld. So, das Loch war von rechts. Das heißt, wir müssen jetzt hier oder geradeaus oder links rum. Also links rum. Hier lang. Äh. Ähm. Hier lang. Oh nein. Das ist mal wieder falsch. Falsch. Belastend. Mido, guten Tag. Okay, ab hier müsste der Weg anders sein. Also wir gingen gerade eben noch hier raus. Was falsch war. Ne, hier gingen wir gerade raus. Das war falsch. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Wir haben im Loch geradeaus. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Wenn sie dich fragen, wie du bist, dann musst du einfach sagen, dass du okay bist. Wenn du nicht wirklich okay bist. Da geht's zu den Gronen. Okay, ab hier. Dort geht's zum Rand. Ah, die Lichtung. Da oben. Wie komm ich da hoch? Oh. Äh. Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Ach so. Ja, das wird nicht funktionieren. Da ich als großer Link hier bin. Aber das war tatsächlich auch die Stelle, die ich zeigen wollte. Wo ich gesagt habe, es gibt noch ein Geheimnis hier. Nur, dass die hier war, wusste ich nicht mehr. Da, da, da. Wo ist die blöde Skulptur? Komm raus. Mit erhobenen acht Händen. Ich befürchte, wir hätten hier was einpflanzen müssen. Als kleiner Link. Genau, wir hätten hier was einpflanzen müssen, wo wir dann jetzt hier hochpflanzen. Hier hochpflanzen. Hier hochfliegen könnten. Aber so wird das nix. Na gut. Peschkart. Hier geht's zurück. Dieser blöde Waldtempel, wo ist der? Hier raus. Ich flippe aus. Und die Musik ist auch hier im Irrenhaus. La 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 la. Wieso steht Mido da, wenn's falsch ist? Mido, gib mal einen Tipp. Wo geht's denn lang? Geradeaus. Jetzt sind wir am Rand. Und von hier aus. Wir fragen mal Saria. Die Verzögerung tut mir leid. Ich könnte sie rausschneiden, aber... Das gehört dazu, dass ich leide und schwitze. Wirst du mit Saria sprechen? Hallo Link, ich bin Saria. Hörst du mich? Großartig, du hast es geschafft. Ich wusste, dass ich wieder von dir hören würde. Nach sieben Jahren. Ich bin im Waldtempel. Die Geister des Waldes haben um Hilfe gerufen. Also bin ich dorthin geeilt. Wir erlauern überall bösartige Kreaturen. Hilf mir, Link. Okay. Also, keine Hilfe. Nein. Oh nein. Ich will nicht... Ich will nicht wieder hier raus. Hier kam mir... Das ist falsch. Da sind wir doch rausgegangen schon. Hier lang. Es muss hier lang sein. Es muss hier lang sein. Ja. Oh. Falsch. Bumm. Wow. Was ist... Was? Oh. Spüre die Macht des Feuers. Hm. 200. 50. Okay. Auch gut. Wie schön, dass sie aussieht. Cool. Sonst ist hier nichts. Okay. Interessant. Coole Höhle. Kurz speichern. Kurz speichern. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine riesen Typen erwischen. Och man. Na... Warum? Kämpfen hat keinen Sinn. Kämpfen hat keinen Sinn. Nein, jetzt nicht. Wie hießen die noch mal? Ähm... Im Wasser, die hießen Octoroks. Und das sind... Ich hab es vergessen. Hallo, schneller! Wow. Rennen ist nicht so angebracht. Oh Gott, das ist nervig. Oh, die sind so langsam. Fress. Das funktioniert sogar. Was? Alles klar. Alles klar. Gott. Und die sterben direkt. Was? Das ist früher auch schon so? Okay. Das ist ja komplett easy. Also... Was ist da oben? Ah, Sekunde. Äh... Geht das hier? Ah... Offenbar nicht. Surprise! Nichts. Nichts als Wasser. Da! Ich bin kreativ. Wenn's um Mordmethoden geht. Oh, oh. Haha. Schön in den Rücken rein. Wir haben es bald geschafft. Das wäre ja... Zäh wie Kaugummi hier. Okay. Mal sehen. Äh... Hier haben wir das Loch. Wo wir schon mal drin waren. Aber nur als Kind. Ein Feenbohnen. Haben wir noch Feen? Haben wir. Eine Fee haben wir noch. Heilt mich! Ich muss sagen, in den Zelda-Spielen sind die Epona-Quests die schönsten. Tatsächlich. Wieso ist das Grün hier? Ist hier was Besonderes? Ich denke nicht. Bam. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie die heißen. Sind keine Octoroks, sondern... Bulldogs? Ne. Wofürfreude ist mal in den Leben geschossen. Kuldula. Damit haben wir 25. Ab 30 gibt's wieder was. Oh je. Du und welche Armee. Ah, verstehe. Okay. Nix. Mitte. Aua, was? Riesfieh. Was denn? Was ist das hier? Was mache ich hier? Was für ein merkwürdiger Gegner. Ja. Was für ein merkwürdiger Gegner. Was für ein merkwürdiger Gegner. Uff. Beim Waldtempel. Hm. Keine Salja. Sie muss im Tempel sein. Du schon wieder. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Minuet des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Mit dem Minuet des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Du hast das Minuet des Waldes erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Puff. Der Schiek. So, haben wir einen Teleportpunkt jetzt? Ja. Äh. Und los geht's in den Waldtempel. Waldtempel. Ich hab das Spiel als Kind gespielt. Und ich hatte von keinem Tempel so viele Träume wie von dem hier. Ich hab im Schlaf hab ich noch von diesem Tempel geträumt. Im Schlaf? Ja, natürlich im Schlaf. Wo sonst? Die Konsole für das Spiel war schon ein bisschen draußen. Also ich hab Konsole und Spiel relativ spät bekommen. Und kannte aber diese Qualität der 3D-Spiele noch gar nicht. Das hat mich komplett geflasht. Und mein Hirn hat im Traum verarbeitet, wie ich diesen Tempel weiterspiele. Weil ich da gerade schlafen gehen musste. Junge, morgen ist Schule. Geh schlafen. Einig, Guldula in Ehren, kann keiner verwehren. Schlüssel. Na, Tatsache. Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Du kannst ihn nur in diesem Labyrinth einsetzen. Ansonsten ruf den Schlüsseldienst. Au. Na, komm. Abgewährt. Die können Nüsse abwehren. Man merkt schon, die Wolfis halten ein bisschen mehr aus. Hopp. Na, komm. 1, 2. Und zuschlagen. Ja, die halten ein bisschen mehr ab. Oder aus. Oder auf. Das heißt, die Gegner werden jetzt auch ein bisschen knackiger. Ein kleines bisschen. Ach, bitte. Rot, grün, blau und lila. Ich verstehe. Ihr wollt mich zum Narren halten. Die Musik ist cool, oder? So mystisch. Ist das bequem, oder? Die Karte zu sehen unten. Voll schön. Zack. Kein Problem. Bist du noch nicht tot? Wäre das eine Tür? Können wir nicht hin? Bringt nüscht. Okay. Wir gehen nochmal weiter. Man kann sagen, dass die Tempel in Ocarina of Time allesamt relativ, äh, relativ einfach sind. Das werde ich gewiss noch bereuen, gesagt zu haben. Außer, also es gibt Ausnahmen. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Was du nicht sagst, hör mal. Aber ich hab dennoch ein bisschen Angst, mich zum Obst zu machen, wenn Dinge zu lang dauern. Also die Tempel in Majora's Mask sind definitiv schwerer. Heißt es. Und für alle, für die die Tempel hier zu leicht waren, die können das Spiel wiederholen und das Master Quest Kapitel spielen. Wo die Tempel gespiegelt sind und die Rätsel auch ein bisschen schwerer und auch ein paar Gegner stärker sind. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Normalerweise nehme ich die Challenges gerne mit. Ich spiele auch, spiele gerne auf schwer durch. Aber hier geht's mir halt wirklich nur um die Story. Um voranzukommen. Na also. Und wie man vielleicht merkt, struggle ich noch ein bisschen, wann ich mehr sprechen sollte und wann ich ein bisschen weniger spreche. Während man labert und spielt, sind Rätsel schwerer. Probier's mal aus. Ich brauch da noch so eine kleine Balance. Pfeile über Pfeile. Die kann man weiterschieben oder ziehen. Hoch kann ich nicht. Das heißt, wir müssen den Würfel rausschieben. An der anderen Seite. Und die andere Seite müsste... hier sein. Ist die Leiter. Und Absperrung, wie nett. Damit keiner runterfällt. Wir müssen nochmal da hoch. Ich hätte es andersrum machen müssen. Ich habe mir zu kompliziert gedacht. Erst mal die Rätsel lösen und dann den normalen Weg gehen. Aber wir müssen erst den normalen Weg gehen. Und dann die Rätsel lösen. Ja, ja. In diesem Abenteuer als Erwachsener oder als großer Link unterwegs. Nachdem wir im späteren Abenteuer in Majors Mask nur als Kind unterwegs waren. Ist schon eine große Ungewöhnung. Dafür aber mit anderen sehr, 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 sehr coolen Vorteilen. Die ich jetzt aber nicht spoilern werde. Was sind denn die Gegner hier? Watch out. Hä? Ich hab noch... Oftmal nicht. Das bringt nichts. Ja, gut. Gut zu wissen. Nervige Köpfe. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Wir können höchstens das Ding da oben abschießen, aber nicht damit. Nope. Nope. Nicht damit. Schaffen wir es bis darüber. Ich glaub's nicht. Vielleicht von der Kante. Ich bin direkt wieder rauf und nochmal gesprungen. Yippie. Yippie. Hopp. Hopp. Aaaaaaah. Au. Na gut. Da hatten wir jetzt keinen Erfolg. Leider, leider. Leider, leider, leider. Eine Skuldula. Eine geschlossene Tür. Ein Block. Und eine offene Tür. Oh, Quatsch. Umsehen. Ansehen. Ach, ranken. Ebenso nur ranken. Okay. Uns fehlt noch etwas. Kleiner Miska. Hast du dir gedacht? Oh. Echte Gegner? Hm. Manchmal hebt ihr den Schild einfach nicht hoch. Angriff. Feuer. Klingt das was? Nö. Toll. Much effort. Okay, was willst du mir sagen, Navi? Wenn das jetzt nicht hilfreich ist. Der Stallfass. Locke ihn an und schlage zu, wenn es sich eine gute Gelegenheit bietet. Gebt mir meine Zeit zurück. Los, greif an. Oh nein, ich bin tot. Doch was ist das? Eine Fee? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin unbeßigbar. Ihr habt mich unterschätzt. Oh. Ich habe geblufft. Die ganze Zeit habe ich geblufft. Ja, das war eine Fee. Die kommt jedes Mal, wenn man stirbt. Umso mehr man hat, desto besser. Desto besser, meine ich. Ich bin unbeßbar. Ich bin unbeßbar. Ich bin unbeßbar. Und dann haben wir wieder eine. Als hätte ich geahnt. Ausrüstung. Ach man, ich vermisse unseren Boomerang. link. Ich bin unbeßbar. Ich bin unbeßbar. Ich bin unbeßbar. Ich bin unbeßbar. Ja. Und dann... Ich bin unbeßbar. am Zeitportal aus? Ja. In der Tat. Und damit beende ich die Folge. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Waldtempels, aber einen Teil haben wir schon gesehen und in der nächsten Folge werden wir den beenden. Bis dahin, auf bald, liebe Mitreisenden. Musik 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 Vielen Dank.